Was geht ab Freunde? Wir haben die 5000 Abonnenten auf YouTube geknackt, deswegen gibt es heute wie versprochen meine Top 50 Manga of all time. Also wenn ihr auf der Suche nach Manga Empfehlungen seid, dann ist dieses Video hier das Beste was ihr dazu finden könnt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das Video liked, teilt, kommentiert und gerne auch die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Checkt gerne meine anderen Toplisten ab und schreibt mal in die Kommentare, was wir als 6000 Abonnenten Special machen sollen. Weil ich habe bis jetzt noch keinen Plan, was ich da machen soll. Und wir fangen direkt an mit meiner Top 50. Viel Spaß Freunde. Also zu Beginn erstmal ein kleiner Disclaimer. Das hier ist meine Top 50. Wenn dein Lieblingswerk nicht dabei ist, dann kann das mehrere Gründe haben. Erstens, Geschmäcker sind verschieden. Zweitens, ich habe unglaublich viele Manga gelesen und selbst wenn ich eine Top 150 machen würde, wäre noch so viel Peak dabei, ganz weit hinten. Und drittens, das ist eine Momentaufnahme von meinem Geschmack. Wenn ich diese Liste in einer Woche erstelle, dann sieht die wieder ganz anders aus. Okay, genug gelabert. Mein Platz 50, Greenblood. Ein relativ kurzer Manga mit 5 Bänden in einem Western-Setting. Unfassbar guter Protagonist, unfassbar guter Deutagonist. Generell auf die Länge ein sehr starker Charaktercast mit geiler Charakterentwicklung und heftigen Dynamics. Die Geschichte spielt im jungen New York und wir verfolgen den Grim Reaper auf seiner Rache nach seinem Vater. Und ich bin mir sicher, ihr seht gerade diese Zeichnungen und denkt euch, what the fuck, wie geil sieht dieser Manga bitte aus. Dieser Zeichenstil ist abnormal, dieses düstere, so ein bisschen fotorealistische und dann auch mit diesen Kratzern, das hat sowas Zeitungsmäßiges. Greenblood ist in jeder Hinsicht qualitativ unglaublich hochwertig. Könnt ihr auch auf Deutsch kaufen, aber ist schwer zu kriegen. Auf Platz 49 habe ich Happiness von Shuzo Oshimi. Ebenfalls ein sehr kurzer Manga mit, glaube ich, 6 Bänden oder sowas. Und während Shuzo Oshimi meistens eher realistische Storys schreibt, ist das hier eine Vampirgeschichte. Die Story ist ziemlich dramatisch und geht richtig tief in die Köpfe der einzelnen Charaktere. Ich kenne keine Geschichte, wo diese Vampir-Thematik so schön aufgegriffen wird. Dazu hast du noch diese verschiedenen Romance-Aspekte. Man kann es ein bisschen mit Tokyogul vergleichen, aber mit weniger Charakteren, dafür mehr Charakterinteraktion. Auf Platz 48 habe ich Terraformers. Die Geschichte spielt im Jahr 2300 oder sowas auf jeden Fall in der Zukunft und die Menschheit hat schon krasse Technik. Die Menschheit will jetzt den Mars besiedeln und bewohnbar machen. Dazu haben sie dort 50 Jahre zuvor Insekten ausgesetzt und die sind jetzt mutiert zu so richtig kranken Viechern. Das sind so Freezer-mäßige Kakerlaken. Und darum geht es in diesem Manga. Menschen vs. Riesen-Kakerlaken, die sich auf dem Mars bekriegen. Und das ist halt unnormal krass, weil diese Kakerlaken verstehen keinen Spaß. In diesem Manga hat kein Charakter-Plot-Armor. Jeder kann die ganze Zeit sterben und das passiert auch. Und deswegen bist du die ganze Zeit on the edge und die ganze Zeit gespannt, wie es weitergeht. Die Kämpfe sind unnormal krass, richtig taktisch und du lernst sogar noch richtig viel dabei. Also ultra verrücktes Kampfsystem, super detailliert erklärt und irgendwie funktioniert. Es ist richtig geile Action. Und ich kann euch die geilsten Panels nicht zeigen, weil da werden einfach mal gut und gerne Menschen die Köpfe einfach vom Hals gerissen und sowas. Den Manga gibt es auch auf Deutsch. Ich habe den bei mir im Regal. Ich glaube, der hat irgendwie 30 Bände oder so und ist immer noch nicht abgeschlossen. Wird eventuell auch nie abgeschlossen sein. Auf Platz 47 habe ich Rekord auf Ragnarök. Darüber habe ich erst letztens geredet. Deswegen fasse ich mich kurz. Ultra gute Kämpfe mit die Besten, die ihr im Manga so erleben könnt. Da wird nicht lang gelabert. Ein Mensch gegen ein Gott. Fight nach Fight nach Fight. Ich liebe Fight, deswegen liebe ich diesen Manga. Auf Platz 46 habe ich Fire Force. Ich finde Fire Force und Soul Eater muss man irgendwie als eins betrachten. Also könnt ihr das so sehen, dass auf Platz 46 beide Werke sind. Der Manga hat sie meine Top 50 geschafft, weil Oku mir genau das gibt, was ich von Shonen haben will. Er nimmt sich selber nicht zu ernst. Die Kämpfe funktionieren super schnell und unkompliziert, sind trotzdem aber genial. Und es macht mir einfach extrem viel Spaß, seine Manga zu lesen. Das Wort Enjoyment beschreibt meine Liebe zu Fire Force unfassbar gut. Es passt einfach perfekt zu mir, was das Shonen-Genre angeht. Auf Platz 45 habe ich The Killer Inside. Leider nach wie vor brutal underrated. Den Manga gibt es auf Deutsch extrem krass. Der Hauptcharakter hat eine gespaltene Persönlichkeit. Das bedeutet, manchmal wacht er auf und drei Tage sind vergangen und das andere Ich in ihm hat irgendwas Krankes angestellt. Darauf bildet sich dann ein Murder-Mystery. Leute sterben, er weiß nicht wer es war, er weiß nicht ob er es vielleicht sogar selber war, also seine andere Persönlichkeit. Krank gezeichnet, richtig heftig inszeniert. Und dieser Manga hat mit die meisten Plot-Twists auf so eine kurze Dichte, die ich je gesehen habe. Da wird wirklich Band für Band die gesamte Story einfach um 180 Grad geflippt und zwar mehrfach. Das ist auch so ein Allrounder-Manga. Den könnte ich jedem von euch in die Hand drücken und jeder von euch würde den feiern. Probiert es unbedingt aus. Auf Platz 44 habe ich Inuyashiki. Eine etwas andere Helden-Story. Wir haben hier einen alten Opa und einen jungen Mann, die beide so eine Art Cyborgs werden, so Iron Man mäßig. Der Opa ist unser Held und der Junge ist unser Bösewicht und die zwei zerfetzen sich einfach gegenseitig in Tokio. Extrem kurz und simpel, kann man locker in zwei Tagen weglesen. Und was ich hierbei so geil finde, ist einfach dieser Opa als Protagonist. Er ist so sympathisch und irgendwie berührt er einen richtig im Herz. Ich finde, diese Geschichte hat alles, was eine gute Heldengeschichte braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und ich stehe einfach mega auf Science Fiction und Hiroya Oku, seine Art, Sachen richtig brutal, aber plump zu inszenieren. Amokläufe, sterbende Menschen, explodierende Autos, all so ein Zeug. Abgedroschene Action, wisst ihr wie ich meine? Das kriegt ihr darin. Auf Platz 43 habe ich Kengen Ashura. Der für mich beste Turnier-Arc in ganz Animanga. Unfassbar geile Kämpfe. Du hast hier MMA, du hast hier Boxen, du hast hier Streetfighting, alles mögliche. Verdammt gut umgesetzt, mit extrem geilen Zeichnungen. Richtig schön unvorhersehbar. Du weißt eigentlich nie, wer gewinnt und du weißt überhaupt nicht, wer dieses ganze Turnier gewinnen wird. Ich habe darüber schon mal in meiner Top 10 aus dem Jahr 2022 geredet. Wenn ihr Bock habt, gerne abchecken. Auf Platz 42 habe ich Downfall von Inyo Asano. Einzelband, unglaublich geil gezeichnet. Ihr wisst, ich liebe Asano, der wird hier noch öfter vorkommen. Ich würde sagen, Downfall ist Asano sein Werk, das sich eher an erwachsene Männer richtet. Also wenn euch das betrifft und ihr in Asano einsteigen wollt, schlag gerne zu. Einband, kann man nichts falsch mitmachen. Auf Platz 41 habe ich Death Note. Für mich unfassbar schwer zu ranken. Ich liebe das Teil, ähnlich wie The Killer Inside. Einfach ein Shure Shot. Jeder, der das liest, wird das feiern. Ich finde die zweite Hälfte ein bisschen schwächer als die erste, aber trotzdem einfach ein Top-Tier-Manga. Auf Platz 40 habe ich Ichi The Killer, vom gleichen Mangaka wie Homunculus. Ichi The Killer ist wahrscheinlich der brutalste Manga dieser ganzen Liste. Also das ist blutig und asozial so. Ihr solltet mindestens 18 sein, wirklich mindestens. Und lasst das eure Eltern nicht sehen. Es geht um Yakuza, es geht um Mafia, es geht um Mord. Es ist eine relativ kurze Geschichte. Ich glaube 100 Kapitel oder sowas. Extrem interessanter und einzigartiger Hauptcharakter, der auch alles andere als ein guter Mensch ist. Er ist so original einer der schlimmsten Menschen, die ich je gesehen habe. Also wenn ihr was Gory-mäßiges wollt, Ichi The Killer ist euer Manga. Hat für mich so ein bisschen so ein GTA-Flair, wenn ihr mich fragt. Das Wort abgebrüht beschreibt es ganz gut. Auf Platz 39 habe ich Horemiya. Wahrscheinlich mein absoluter Lieblings-Romance-Manga. Ich würde sagen, ist so ein Mix aus Romance und Comedy. Was ich daran so liebe, ist, dass dieser Manga nicht so krass übertreibt mit diesen ganzen Emotionen, die diese Anime-Romance-Sachen sonst so haben. Ich finde Horemiya ist relativ realistisch und bleibt dabei trotzdem wholesome. Du verfolgst einfach die Beziehung von Hori und Miyamura und sie führen einfach eine ganz normale Beziehung. Es ist eigentlich nichts besonders daran. Und das gefällt mir dabei. Viele sagen, der Manga ist zu lang. Aber wenn ihr mich fragt, Horemiya könnte für mich einfach unendlich lang weitergehen. Das ist für mich so ein richtiger Wohlfühl-Manga. Auf Platz 38 habe ich Solanen, ein weiterer Manga von Asano. Zwei Bände, es geht um Musik, es geht darum, wenn du einen deiner liebsten Menschen durch Tod verlierst. Sehr depressiv, ich habe am Ende brutal geweint. Auf Platz 37 habe ich Bright Sun Dark Shadow. Man kann es so ein bisschen mit Attack on Titan oder Terraformers vergleichen. Quasi Menschen gegen übernatürliche Wesen. Nur dass du hier nicht diese Titanen oder Kakerlaken hast, sondern sogenannte Shadows. Das sind Wesen, die Menschen umbringen und danach kopieren und quasi alles von ihnen übernehmen. Bedeutet, dein bester Freund könnte gar nicht dein bester Freund sein, sondern einfach ein Shadow, der sich als dein bester Freund tarnt. Nur um dich dann irgendwann umzubringen und dich auch in ein Shadow zu verwandeln. Und so wollen diese Shadows quasi nach und nach die ganze Menschheit für sich einnehmen. Quasi auf sneaky Art und Weise übernehmen. Richtig genial geschrieben, richtig heftig umgesetzt. Hat glaube ich 13 Bände, könnt ihr auch auf Deutsch kaufen. Und ist ebenfalls einer von diesen Shure Shorts, wo ich mir sicher bin, die würde jeder feiern. Aber du musst ein bisschen was im Kopf haben, weil der Manga ist genial geschrieben und auch wirklich verstrickt. Also wenn du zu dumm bist, um die Attack on Titan Story zu verstehen, dann bist du auch zu dumm, um die Bright Sun Dark Shadow Story zu verstehen. Aber ich hoffe mal, dass das euch nicht betrifft. Auf Platz 37 habe ich Akunohana, die Blume des Bösen. Ich glaube mit 6 oder 7 Doppelbänden abgeschlossen gibt es auch auf Deutsch es von der gleichen Person, die Happiness geschrieben hat. Unser Hauptcharakter ist ein introvertierter Bücherwurm. Er stolpert in so eine Dreiecksbeziehung zwischen so einer normalen und so einer Zundere. Unfassbar interessant, sehr sehr dramatisch und auch richtig geile würzige Romance. Habe ich übrigens auch in dem Top 10 Video schon mal darüber geredet, was ich vorhin erwähnt habe. Ich werde euch die ganzen Videos, die ich hier anschneide, in die Beschreibung verlinken. Falls ihr mehr von diesen Werken hören wollt. Auf Platz 36 Tokyo Ghoul. Darüber habe ich auch in diesem anderen Video geredet. Der Manga ist sehr viel besser als der Anime, falls ihr euch wundert, warum das jetzt so weit oben ist. Ich habe übrigens Tokyo Ghoul und Tokyo Ghoul Re zusammengefasst. Also beides zusammen auf Platz 36. Auf Platz 35 habe ich Blue Giant Supreme. Wenn ihr schon immer mal euren Eltern einen Manga zeigen wolltet, zeigt ihnen diesen. Es geht um einen jungen Japaner, der nach Deutschland kommt und hier eine Karriere als Saxophonspieler machen will. Er gründet seine eigene Band und reist dabei durch ganz Deutschland. Du siehst die ganzen Städte, München, Hamburg, Berlin und zwar richtig schön originalgetreu dargestellt. Und ich verstehe bis heute nicht, wie eine Geschichte so simpel sein kann, aber mich so hart berühren kann. Ich habe mehrfach bei diesem Manga geweint. Ich liebe diesen Manga und ich liebe diesen Manga Cut. Also wenn ihr noch nie ein Musikmanga ausprobiert habt, unbedingt rein da in Blue Giant Supreme. Auf Platz 34 habe ich Made in Abyss. Ebenfalls in der anderen Liste schon erwähnt. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, in der Beschreibung abchecken. Eines der besten Worldbuildings überhaupt. Super toller Manga. Gibt es auch auf Deutsch. Auf Platz 33 habe ich Rony Kenshin, ebenfalls im anderen Video darüber geredet. Auf Platz 32 habe ich I Am A Hero. Für mich die beste Zombie-Apokalypse überhaupt in einem Werk. Walking Dead ist ein Haufen Scheiße dagegen. Zumindest die Serie. Ich liebe den Hauptcharakter, weil er ist auch so ein Weep. Relativ unerfolgreich. Er ist so ein Versagertyp. Nervös, introvertiert. Und der muss eben diese Zombie-Apokalypse, die mitten in Japan ausbricht, überleben. Sehr viele gute Charaktere, sehr interessante Plots und auch furchtbar brutal. Nur mal als Beispiel. In I Am A Hero gibt es eine Szene, wo sich ein Charakter in einen Zombie verwandelt. Während er sich einschleudert und dann reißt er sich selber den Schwanz raus und klatscht ihn auf den Boden. Und du siehst das alles und das ist furchtbar eklig, aber auch furchtbar gut erzählt, man. Gibt es auch auf Deutsch, ich glaube 25 Bände oder so. Ich habe den hier daheim, aber der ist sehr schwer zu kriegen, weil der vergriffen ist. Auf Platz 31 habe ich Girls Last Tour. Ebenfalls im anderen Video schon drüber geredet. Auf Platz 30 habe ich Blame. Blame zu erklären ist extrem schwer, weil die Story wenig erzählt wird. Du siehst sie eher. Es hat ganz wenig Sprechblasen und du musst dir immer so ein bisschen deinen eigenen Teil dazudichten. Bedeutet, wenn du ein fantasievoller, kreativer Mensch bist, wirst du Blame lieben. Wenn du das nicht bist, Finger weg davon. Man kann es vergleichen mit Videospielen wie zum Beispiel Journey. Unser Hauptcharakter Killy befindet sich auf einem riesigen Raumschiff und erklimmt das quasi. Trifft dabei auf verschiedene Lebewesen, ob KI, ob Cyborg oder Mensch, alles mögliche. Geht seinen Weg und das Interessante dabei ist eben diese Welt, dieses gigantische Raumschiff immer weiter zu erforschen. Blame ist keine richtige Geschichte, es ist mehr so ein Vibe. Deswegen kann man es nicht wirklich erklären. Ich kann es nur mit anderen Sachen vergleichen. Wie gesagt, Journey, vielleicht Dead Space oder sowas. Auf Platz 29 habe ich Innocent. Einer der besten Hauptcharaktere überhaupt. Charles Henry Sanson. Er hat unzählige, tausende von Menschen ermordet. Aber jetzt nicht wie ihr denkt, sondern er war Scharfrichter in Paris. Das ist quasi die Person, die damals bei den Todesstrafen die Menschen umbringen musste. Quasi mit der Guillotine oder mit einem Schwertköpfen oder all so ein Zeug eben, Foltermethoden, alles drum und dran. Und darum dreht sich die Geschichte eben. Ein Mörder, der eigentlich nicht morden will, aber morden muss. Und die Gesellschaft zwingt ihn dazu und findet das gut und normal. Das Krasse hierbei ist, dass es ja einfach die echte Welt, dass es wirklich so passiert. Und dieses Realistische ist das, was das Ganze so heftig interessant macht. Auf Platz 28 habe ich Arjin. Arjin kann man sagen, ist Death Note, aber mit Pumpguns. Nagai, unglaublich guter Protagonist, Sato, einer der besten Antagonisten überhaupt und die zwei battlen sich eben. Das Krasse hierbei ist, in dieser Welt gibt es Arjin. Das sind Menschen, die nicht sterben können. Sobald du sie tötest, wachsen die abgeschnittenen Gliedmaßen oder die kaputten Organe einfach wieder nach und sie sind quick lebendig. Mit diesem System werden unglaubliche Mindgames gemacht und Arjin bringt dich von einem Highlight Moment in dem nächsten. Auf Platz 27 habe ich Tokio Kaido, habe ich erst im vorletzten Video darüber geredet. Link in der Beschreibung. Auf Platz 26, jetzt werden einige meckern, One Piece. One Piece ist so der Manga, der mein ganzes Leben begleitet. Seit ich ein kleines Kind bin, bin ich mieser One Piece Fan. Ich lese den Manga seit Ewigkeiten, immer aktuell. Und das Werk lebt für mich sehr, sehr stark von der Culture, von den ganzen Reviews, von den ganzen Theorien, von den ganzen YouTubern und so. Ich liebe One Piece einfach für dieses Gesamtpaket. Aber wenn ich die Nostalgiebrille runternehme und wenn ich die ganze Culture und Community wegnehme und einfach nur die rohe Geschichte betrachte, kann ich One Piece nicht besser platzieren als Platz 26. Wenn ich mein Herz frage, würde ich es vielleicht auf Platz 1 oder Platz 2 oder so stellen, aber das ist nicht Sinn dieses Videos. Qualität steht hier im Vordergrund, deswegen Platz 26. Auf Platz 25, Hunter x Hunter. Seht ihr das meine ich damit, ich liebe One Piece mehr als Hunter x Hunter, aber Hunter x Hunter ist in fast jeder Hinsicht deutlich besser geschrieben als One Piece. Für mich der Blueprint von einem perfekten Battle Shonen, wie ich ihn mir vorstelle. Geniale Charaktere mit genialen Fähigkeiten, die sie noch unfassbar geil einsetzen. Extrem gute Kämpfe, extrem gute Story, extrem gutes Charakterwriting. Wie gesagt, Hunter x Hunter hat alles, was ein guter Battle Shonen braucht. Auf Platz 24, Neon Genesis Evangelion. Viele haben da nur den Anime geschaut, ich finde den Manga besser, wenn ich ehrlich bin. Todesgute Zeichnungen, richtig krass delivered. Ein heftig guter Charaktercast, jeder ist krass geschrieben von vorne bis hinten. Asuka, einer meiner Lieblingsfemale Charakter, Misato genauso. Shinji, unglaublich guter Protagonist und revolutionär für Shonen würde ich sagen. Also wer ein richtig deepes Drama will mit richtig guten Charakteren, Evangelion ist euer Ding. Schaut auch gerne den Anime. Auf Platz 23 habe ich Jagan. Vom gleichen Storyteller wie Bluelock, nur dass ich Jagan viel besser als Bluelock finde. Extrem brutale Show, solltet ihr auch minimum 18 Jahre alt für sein. Man könnte es ein bisschen so erklären, stell euch einfach vor, My Hero Academia, aber die dunkle, abgebrühte Version davon. Die Charaktere haben kranke Fähigkeiten und stellen damit kranke Scheiße an. Zum Beispiel, jemand kann jemanden hypnotisieren und dann vergewaltigt er mit dieser Fähigkeit Frauen und so. Also das ist wirklich heftig Psycho, aber du kriegst einen richtig krassen Einblick, wie verdorben das menschliche Wesen eigentlich ist und wie hart wir unsere Verantwortung ausnutzen würden, wenn man sie uns einfach so gibt und sowas. Wisst ihr wie ich meine? Das alles verpackt in einem schönen Action geladenen, unterhaltsamen Paket. Ich liebe Jagan extrem. Auf Platz 22 Attack on Titan braucht man nicht erklären. Auf Platz 21 Pluto von Naoki Urasawa. Die Geschichte fängt in einer Zukunftsversion von Deutschland an und geht dann einmal um die ganze Welt. Neue Interpretation von einem Astro Boy Arc. Absolut legendäres Teil. Und somit das Beste, was ihr in 8 Bänden überhaupt kriegen könnt. Auf Platz 20 habe ich Hoseki no Kuni, Das Land der Juwelen, habe ich auch schon tausendmal drüber geredet. Ich verlinke euch ein Video in der Beschreibung. Auf Platz 19 habe ich Dorohedoro. Darüber habe ich glaube ich noch nie mit euch geredet, kann das sein? Einer der abgedrehtesten, verrücktesten Manga überhaupt. Eines der besten Worldbuilding, die ich je gesehen habe. Kyuhayashida ist wirklich genial und verrückt zugleich. Du kannst es mit nix vergleichen, vielleicht mit Jojo auf einer gewissen Art. Kaiman ist ein extrem guter MC. Die Geschichte ist von vorne bis hinten brutal unterhaltend. Aber absolut nicht für jeden was. Ich würde sagen, probiert vielleicht Band 1 aus. Wenn es euch gefällt, lest weiter. Wenn nicht, dann nicht. Es ist mies Nische, aber ich bin halt genau in dieser Nische. Also wenn ihr Jojo feiert, ihr werdet das Teil lieben. Und N-Family ist für mich die beste Antagonistengruppe, die je existiert hat. Auf Platz 18 habe ich Homunculus. Vom gleichen Mangaka, der auch Ichi the Killer geschrieben hat. Homunculus startet als Horror Manga und wird dann sehr, sehr deep, was das Charakterwriting angeht. Sowohl Manabu als Nakoshi sind für mich unglaublich gute Charaktere, die mir sehr viele Lektionen fürs Leben mit auf den Weg gegeben haben. Es geht darum, was passiert, wenn du dich selber verlierst. Wenn du dich selber im Spiegel anschaust und nicht weißt, wer du bist. Das alles wird untermauert mit dieser Fähigkeit, Homunculus zu sehen. Furchtbar interessant, da habe ich auch schon mal länger drüber geredet. Und ihr kennt das Spiel, Link ist in der Beschreibung. Dieses Video soll ja nicht unendlich gehen, oder? Auf Platz 17, Beastars. Wisst ihr, was mich bei Beastars richtig nervt? Alle, die es hayden, haben es nicht geschaut oder nicht gelesen. Und alle, die es lieben, haben es geschaut und gelesen. Warum hayden Leute ein Werk, das sie nicht kennen? Das werde ich nie verstehen. Ihr seid die größten Opfer unter der Sonne. Wenn es um Worldbuilding geht, ist Beastars ganz vorne mit dabei. Mindestens Top 5. Dieses Konzept, Tiere und Menschen zu fusionieren und daraus eine Geschichte zu schreiben, funktioniert perfekt und Paro Itagagi weiß genau, was sie da tut. Das Teil hat irgendwie alle Genres, die es gibt, in eins fusioniert. Sehr modern und abstrakt, was das Artwork angeht. Aber genau das feiere ich daran. Paro Itagagi ist für mich, neben einer anderen Person, so die beste New-Gen-Mangaka überhaupt. Und Beastars ist ihr Masterpiece. Aber auch hier muss ich dazu sagen, es ist auf jeden Fall Nische und nicht für jeden was. Ihr könnt ja mit dem Anime anfangen, gebt dem Teil ein paar Folgen. Ihr werdet es nicht von Anfang an peilen, was das Ganze soll. Aber wenn ihr wirklich in ein einzigartiges Meisterwerk eintauchen wollt, dann nehmt euch die Zeit und ich verspreche euch, Beastars wird euch mit der Zeit so hart vom Hocker hauen. Fangt einfach mit dem Anime an, den gibt es auf Netflix, auch wenn der Manga trotzdem besser ist. Auf Platz 16 habe ich Chainsaw Man. Es ist so krass, wie Chainsaw Man sich in meiner Liste hochgekämpft hat. Das Teil war noch so viel weiter unten. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto krasser wird es einfach für mich. Das Teil ist auf den ersten Blick ein stinknormaler New-Gen-Battle-Showland, aber es hat so krank viel deeper Meaning. Und es ist im Endeffekt so ein rundes, abgeschlossenes Paket, dass ich es fast schon als perfekt bezeichnen würde. Was Humor und Inszenierung angeht, genau meinen Geschmack getroffen. Es hat auch diese gory, blutigen, ekligen Momente, die ich so liebe. Und es ist aktuell für mich das krasseste, was weekly läuft. So jede Woche Chainsaw Man ist genius. Jedes Kapitel zerfetzt. Und ich finde es krank, wie deep dieses Werk sein kann, ohne dass es wirklich deep wirkt. Du hast so einen hohen Action-Anteil und irgendwie funktioniert es. Normalerweise beißt sich das gegenseitig aus. Du kannst nicht wirklich beides machen. Chainsaw Man hat es geschafft. Je nachdem, wie die Geschichte abgeschlossen wird, wird Chainsaw Man noch steigen oder fallen. Aktuell beschäftige ich mich unglaublich gerne damit, deswegen auf Platz 16. Finde ich by the way auch sehr schwer zu ranken. Auf Platz 15 habe ich Sun Can Rock. Habe ich auch mal ein ganzes eigenes Video dazu gedreht. Mädels, Waffen, Mafia, geile Autos. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mit die besten Zeichnungen, die ihr im Manga so kriegen könnt. Unfassbar geiler, lustiger, edgy Humor. Es ist wirklich extrem pervers. Es wird auch nicht jedem von euch gefallen. Vor allem den Mädels empfehle ich das nicht. Und auch hier solltet ihr mindestens 18 Jahre alt dafür sein. Und das Teil ist halt voll das Herzensding für mich. Es hat genau meinen Geschmack getroffen. Ich bin auch nur ein Mann, okay? Auf Platz 14 habe ich Monster. Der Antagonist von Monster ist für mich der Beste in ganz Manga. Und generell ist Monster eine super gut geschriebene Geschichte. Und so der Blueprint für alles, was Urasawa danach erschaffen hat. Und ihr wisst, Urasawa ist mein Lieblings-Manga-Car. Deswegen darf Monster an dieser Liste natürlich nicht fehlen. Generell befinden wir uns jetzt gerade schon auf einem Level, wo alle Shows, die ich jetzt noch nenne, auch locker auf Platz 1 stehen könnten. So an der Spitze des Berges ist nicht viel Platz. Alles worüber ich jetzt gerade spreche, sind so die krassesten Manga, die ich je gelesen habe. Die ganze Top 50 ist geisteskrank. Auf Platz 13 habe ich Slam Dunk. Ein Sportmanga, bei dem es um Basketball geht. Es gibt kaum eine Show, die mich härter ans Buch gefesselt hat als Slam Dunk. Ich habe das Teil so krass weggelesen, weil die Spannung so enorm war. Ich finde, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. So 50, 60 Kapitel, bis du so richtig peilst, was hier abgeht. Aber dann, nachdem du ein, zwei Matches hinter dir hast. Es ist so heftig spannend. Es ist wirklich der beste Sportmanga, wenn du es als normalen Sportmanga betrachtest, der so existiert. Sakuragi, kranker Protagonist. Generell, der ganze Cast ist brutal. Egal ob Gegner oder Protagonisten. Diese Basketball-Matches sind spannender als jeder Battleshow im Kampf. Ich sage euch, wie es ist. Auch ein furchtbar gutes Ende. So der ganze letzte Arc von Slam Dunk ist einer der besten überhaupt. Auf Platz 12 habe ich Girl on the Shore. Wieder ein Werk von Inyo Asano. Ihr merkt, der Mann ist oft in meiner Top 50 vertreten. Und ich würde sagen, Girl on the Shore ist von all seinen Werken das, was am meisten edgy ist. Es geht viel um Sex und es geht vor allem um Thematiken, die so eigentlich nie angesprochen werden, obwohl sie sehr wichtig sind. Und ich habe mich krass dabei selber ertappt, wie Girl on the Shore mich quasi durchleuchtet hat. Ich denke, viele von euch würden den nicht so hoch ranken, aber ich kann einfach persönlich krass mit diesem Teil relaten. Deswegen Platz 12 und immer wenn ich daran denken muss, pure Gänsehaut und auch so ein bisschen Depri-Kicks. Auf Platz 11 habe ich Gans von dem gleichen Mann, der Last Hero Inuyashiki gemacht hat. Du hast hier eine seltsame schwarze Kugel. Die schickt verschiedene Menschen im Kampf gegen Aliens. Die Gewinner kommen in die nächste Runde und so weiter. Der größte Selling Point von Gans ist wahrscheinlich, dass kein Charakter Plot-Armor hat. Jeder kann jederzeit sterben, was dafür sorgt, dass du ultra gespannt bist. In jeder Situation. Du machst dir die ganze Zeit Sorgen um alle, freust dich gleichzeitig auf die nächsten Aliens, die dich wieder vom Hocker hauen werden, weil die irgendwas Verrücktes, Besonderes machen. Sehr viel Blut, sehr viel Action, sehr schnell gepaced. Es ist einer dieser richtig unterhaltsamen Manga, die man immer und immer wieder rereaden will, weil es einfach so verdammt viel Spaß macht. Die ganze Mystery dahinter, was das alles soll, woher die Aliens kommen und so, fand ich auch extrem cool umgesetzt und extrem cool aufgebaut. Ich war immer furchtbar gespannt auf das nächste, was wir erfahren. Dazu kommt ein krass realistischer Charakter-Cast, mit dem man sich auch sehr gut relaten kann. Gans ist auch sehr kontrovers, aber für mich definitiv einer der besten Manga überhaupt. Deswegen Platz 11. Auf Platz 10 habe ich Real, ebenfalls schon drüber geredet, könnt ihr in der Beschreibung finden. Ist für mich der beste Manga, den ich im Jahr 2022 gelesen habe. Von dem gleichen Manga-Car, der auch Slam Dunk gemacht hat. Es geht um Rollstuhl-Basketball, es ist sehr depressiv, es ist sehr erdrückend und sehr krass belernt und erden. Und genau das mag ich daran. Es war teilweise sehr hart zu lesen, weil es mich echt gut runtergezogen hat. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann rein in real. Auf Platz 9 habe ich Dead Dead DDD Demons Destruction, ebenfalls von Inyo Asano. Ich glaube, er ist von allen Mangakas am öftesten in meiner Top 50 vertreten. Ich habe über DDD, glaube ich, noch nie gesprochen, weil ich mir das für irgendwann für ein großes Video aufheben will. Aber ihr solltet wissen, dass mein ganzer Kanalname nach einem Charakter von diesem Manga benannt ist. Dementsprechend könnt ihr euch denken, wie krass ich diesen Manga liebe. Und mehr will ich dazu noch nicht sagen. Auf Platz 8 habe ich Billy Bad. Das neueste abgeschlossene Werk von Naoki Urasawa. Extrem krasser Murder Mystery Manga. Wie ihr wisst, mein absolutes Lieblingsgenre. Dazu noch von meinem absoluten Lieblingsmangaka. Das Ganze wird gepaart mit realistischen Ereignissen, die von Naoki Urasawa auf geschickte Art und Weise anders erzählt wurden. Wie zum Beispiel 9-11 oder die Mondlandung. Das Ganze wird kombiniert mit dieser Verschwörungstheorie, die sich rund um diese Fledermaus Billy Bad dreht. Und so stellt dieses Werk immer mehr nach und nach philosophische Fragen rund um diese Fledermaus. Und jeder einzelne Arc von Billy Bad ist Genius. Wenn du die ersten zwei Bände davon liest, dann wirst du schon sagen, shit, ich habe hier ein Masterpiece vor mir. So, hundertprozentig. Wenn ihr euch für richtig schlau und richtig belesen haltet, dann würde ich euch Billy Bad empfehlen. Das ist so ein richtiger Manga für so kleine Klugscheißer wie mich. Wer dem Teil keine 10 von 10 gibt, der ist einfach nur zu dumm, um es zu verstehen. Es ist in jeder Hinsicht perfekt. Auf Platz 7 habe ich Vinland Saga. Habe ich schon richtig oft drüber geredet. Thorfinn, wunderbares Charakter-Development. Ich liebe Askeladd. Ich liebe so viele Charaktere aus Vinland Saga. Ich mag diese Wholesomeness, die die Show trotzdem beibehält. Es hat einen richtig geilen Humor. Und gerade die zweite Hälfte von Vinland Saga ist nochmal ein ganz anderes Level. Wir befinden uns aktuell im letzten Arc und ich denke, die Geschichte wird so in 2-3 Jahren vorbei sein. Mal schauen, ob die Geschichte dann steigt oder sinkt in meinem Ranking. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt auf das Finale. Auf Platz 6 habe ich Jojo's Bizarre Adventure. Wenn es ein Manga gibt, den ich auf eine verlassene Insel mitnehmen dürfte, wäre das Jojo. Ich könnte das Teil unendlich lang rereaden. Es wird mir einfach nicht langweilig. So, most entertaining Manga überhaupt. Ich finde es krank witzig. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe die einzelnen Arcs. Es hat so viele verschiedene Facetten. Araki ist einer der kreativsten Köpfe unserer Zeit. Und Jojo ist einfach genau mein Ding. Ich liebe Jojo. Ich bin ein mieser Jojo-Fanboy. Ist auch Nische. Ist auch nicht für jeden was. Aber ich finde, jeder Anime- oder Manga-Fan sollte dem Teil mal eine Chance geben. Es braucht lange, bis man reinkommt. Es braucht lange, bis man kapiert, was Araki da versucht zu machen. Aber wenn du drin bist, dann wirst du einfach nur süchtig und zu so einem richtigen Jojo-Gun, Alter. So, wir Jojo-Fans haben alle den gleichen Schaden. Was uns Jojo gegeben hat, das wird uns nie wieder was anderes geben können. Und genau dafür liebe ich das Teil. Auf Platz 5 habe ich Vagabond. Musashi Miyamoto, einer der besten Hauptcharaktere überhaupt. Kranke Geschichte. Ist realistisch. Ist ein Samurai-Manga. Basiert auf eine wahre Begebenheit. Ist wunderschön gezeichnet. Und richtig genial umgesetzt. Würden wahrscheinlich viele von euch sogar auf Platz 1 stellen. Auf Platz 4 ist bei mir 20 Century Boys. Für mich das beste Werk von Naoki Urasawa. Meinem absoluten Lieblings-Mangaka. Es war übrigens auch das erste Werk, was ich von ihm gelesen habe. Es ist eine gigantische Welt. Ich habe schon tausendmal darüber geredet. Das Teil ist an Spannung kaum zu übertreffen. Und es ist einfach gigantisch. Du hast vier Timeskips. Und du jumpst die ganze Zeit von einer Zeit zur nächsten. Und wieder zurück. Und wieder in die übernächste. Erfährst die ganze Zeit neue Geheimnisse. Aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Und dieses ganze Rätsel rund um Friend. Wer verbirgt sich hinter der Maske? Wie wird das Ganze weitergehen? Wie wird das Ganze ausgehen? Es ist einfach so genial und geladen von Spannung. Friend by the way für mich einer der besten Antagonisten überhaupt. Ich wurde nie wieder so überrollt von einem Charakter wie von ihm. Das ist wirklich gestört. Auf Platz 3 habe ich Alice in Borderland. Das letzte Mal, als ich so eine Liste erstellt habe, war Alice in Borderland noch auf Platz 5. Mittlerweile habe ich das Teil gereadet. Und dementsprechend ist es bei mir jetzt auf Platz 3. Es fängt an mit Death Games, wo Menschen sich gegeneinander messen müssen. Wer überlebt, der kommt weiter. Wer stirbt, ist raus. Und in der zweiten Hälfte wandelt sich das Ganze so ein bisschen. Und es wird ein bisschen charakterintensiver. Du hast dann mehr so diese eine Protagonistengruppe und diese eine Antagonistengruppe. Die dann eben auch diese Deathmatches spielen. Aber dann halt als Gruppe gegeneinander mit mehr Charakterfokus. Und Alice in Borderland hat quasi alles, was ich von einer Geschichte will. Ich habe jede einzelne Emotion durchlebt. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe getrauert, ich habe geliebt, ich habe gehofft. Alice in Borderland hat wirklich alles in ein relativ simples Konzept gepackt. Und damit in ganz kurzer Zeit so unfassbar viel Emotion erzeugt. Für mich übrigens auch das beste Ende, was ich je Manga erlebt habe. Und es gibt auch wenige Manga, die von vorne bis hinten so vollkommen sind. Vom ersten bis zum letzten Kapitel liebe ich dieses Teil. Auf Platz 2 habe ich Gute Nacht Punpun. Wieder mal ein Manga von Inyo Asano. Und für mich sein bestes Werk. Wir verfolgen den kleinen Punpun Onodera, wie er quasi einfach nur als Kind aufwächst und erwachsen wird. Richtig krass depressiv. Richtig heftiger Charaktercast. Seki ist mein Lieblings Side-Charakter. Ich habe mich richtig ertappt gefühlt bei dem. Shimizu auch unnormal heftig. Aiko, richtig kranker Charakter. Was soll ich sagen Leute, wir sind bei meiner Top 3. Ich finde bei den 3 Werken einfach alles perfekt. Aber bei Punpun müsst ihr echt damit rechnen. Das Teil kann richtig krass reinhauen. Und das ist nicht für jeden was. Also wenn du depressiv werden willst, dann lies Punpun. Aber wenn du Spaß am Leben haben willst, dann lass es einfach sein. Okay. Und auf Platz 1, ihr wisst es alle. Es war schon immer so. Es wird eventuell für immer so bleiben. Berserk. Ich glaube ich muss nicht erklären warum. Guts ist für mich der beste Protagonist überhaupt. Griffith ist für mich einer der besten Antagonisten überhaupt. Ich liebe den gesamten Cast. Ich finde der Golden Age Arc ist der beste Arc, der je geschrieben wurde. Nichts hat mich jemals wieder so getroffen wie die Eclipse. Conviction Arc ist fast genauso gut wie Golden Age. Und es ist einfach krass, wie verschieden die Arcs strukturiert sind. Und wie verschieden die Arcs funktionieren in so vielen Hinsichten. Und trotzdem finde ich jeden davon gut. Dazu sind die alle noch so heftig ineinander verflochten, dass du die gar nicht so einzeln betrachten kannst. Berserk ist wahrhaftig ein absolutes Meisterwerk von einem kranken Perfektionist und Mastermind. Rest in Peace Kentaro Miura. Und das war es mit meiner Top 50 Manga und meinem 5000 Abonnenten Special. Danke, dass du bis zum Schluss zugeschaut hast. Schreib mir gerne deine Manga Empfehlung in die Kommentare. Schreib mir gerne deine Top 5 in die Kommentare. Und schreib mir in die Kommentare, was wir bei 6000 Abonnenten machen sollen. Danke an jeden, der mich bis jetzt auf diesem Weg begleitet hat. Wir wachsen und wachsen und werden immer größer. Und die Videos werden dementsprechend immer krasser. Ich bin euch wirklich unendlich dankbar. Checkt die anderen Videos aus, teilt dieses Video und ich bin raus Freunde. Haut rein.